So, hallo, ihr geilen Leute da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einem... Oh, herzlich willkommen zurück, das ist ja völlig falsch. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Trash. Wir spielen No More Room in Hell. Es ist bloody, es ist zombie und es ist verdammt laut, legt mir hart am Arsch. Fine service. Ich habe keinen Plan, was das hier für ein Spiel ist, herrlich gesagt. Ja, komm, hier. Da. Connecting, ich habe keinen Plan, nicht. Ich habe hier eine Fussel in der Kappe. Downloading. Ne, das mag ich doch. Download ist mir gar nicht. Tja. Schöne Musik, ja. Schön, dass ich auf dem rechten Ohr höre. Schöner Wind. Geht's jetzt hier mal los, ey. Downloading. Ich brauche übelst lange hier, was runterzuladen. Ich bin eine Schwuchtelspiel, Junge. Boah, hallo. Ey. 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 Ist jetzt hier das Spiel abgekackt, oder was ist los? Wie bewegt sich hier gar nichts mehr? Oh, oh, oh. Es geht weiter. Hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Oh, da. Äh. Last Weapon. Pick up. Sprint. Kompass auf C. Schuh Bash. Holster auf H. Oh, Alter. Ja, okay, okay. Ja, ist mit Bums jetzt hier joinen. Bash, Bash. Holster, Holster. Q, Q. E, E. E. Oh, ein Hammer. Ja. Ey, sieht cool aus. Oh, fuck. Da sind Zombies. Hilfe. Das ist ja blau an der Decke. Feuer. Hallo. Ey, ist schon mal irgendwie ansprechend, das Spiel. Userpunkt. Ja, komm mal rauf. Aha. Wow. Hello. Mario. Mario. Köpfe. Hm, das warst du los, du. Mit nur dem Hammer ist nicht cool. Eine kleine Knifte wäre cool und so. Mit einem Flashlight und weniger Zombies. Also Ambiente finde ich schon mal cool. Oh, eine Flasche. Come on. Gib mir die Kackflasche, ja, Junge. Feißflasche her. Ach, leck mir am Arsch. Kann ich ja Sachen aufmachen irgendwie? E benutzen. E benutzen. Mach das Brett auf. Mach das Brett auf. Hat das gerade aufgeleuchtet? Bin ich... Hab ich so viele Funken gemacht, dass es so erhält? Nee, sah bloß so aus. Bäh. Oh, zutiefst männlich. Ein weiteres Mal. Ja, okay, dann. Oh, da kommt ein einzelner Zombie. Hi. Ja, komm, hau ab. Der hat drei Schläge auf dem Kopf, ey. Ist auch down, Junge. Hey. Da bist du dich. Ich hau dich nicht, du mich. Was ist denn hier los? Spieler Bastion hat das Spiel verlassen. Oh, komm hier nicht weiter. Okay, hier ist ein Toter. Da musst du alles dabei nehmen. Das ist auch nix. Wah. Duck Jump. Geht nicht. Oh, hi. Ja, jetzt bin wir gleich down. Ey, wir haben einen Feuerwehrmann. Cool. Warum sagt mir das keiner? Warum hab ich einen Hammer als Feuerwehrmann und keine Axt? Ja, komm, jetzt hier respawn. Was ist hier los? Oh, der hat eine Knifte. Cool. Hä? Hier ist ein LP-Typ dabei. Der macht bestimmt Let's Plays. Zocker LP. Geiler Name. Gott like. Ja, respawn, denke ich, ist an. Spawning. Ja, was ist das für ein Bullshit, hä? Boah. Ich dachte, ich find hier ein MMO oder so. Ein MMO. Oh, der hat ein Afro. Hallo, Afro-Guy. Ja, da war wohl nix. Boah, was ist das? Boah, übelst schnell. Ja, komm, ey. Jetzt tu ich so, als ob ich hier selber als Zocker-LP bin, ja. Ja, ich hab hier ne Witzes Flashlight und eine Knifte in der Hand, ja. Ich hör Zombies und Schritte. Eigentlich hör ich nur Schritte. Ich guck hier in die Dinger rein, die leer sind. Schade, dass da nix liegt. Bin der Zocker-LP, Junge. Oh, da ist ein Taschentuch von Zebra. Oh, ja. Man sieht hier herzlich gern nix in diesem Kackspiel. Tür geht nie auf, Mann. Boah, ist das lahm. Kann ich hier rejoin? Unlimited Amo. Na, das klingt ja kacke. Komm, rejoin. Mir egal. Wir weitermachen hier. Zombies, Schnetzel. Na toll, bin immer noch dauer. Was denn das für ein Arsch, Fick Scheiße, ja, ey. Komm hier nicht, sag mir egal. 27er Ping, das geht. Besser als dieser 424er da oben drüber. So, was denn das? Wo steht denn der irgendwo auf dem Mond? Oh, das könnte sogar ein richtiges Projekt ebenfalls werden. Aber so ein Zombie. MMO, ne, gibt's ja schon. Ja, Daisy und so. Models, Player, Kirby, Admin, Umbrella, Lied. Boah, wie lange das dauert. Mmh, Kekscreme. Mmh. Schmacko. Ich verrate nicht von wem das is. Daien steht drauf, Schoko Cookie Creme. Ich merke ein Schlicker. Jetzt muss ich mich hier einloggen oder was? Hm, you may continue in seconds. Was ist das? Und dann, bist du okay? Okay. Can die here? You can die. Okay, so help. The zombies kill you. Not me. He'll punch you. Okay, so help. Where are you, Hunter? They're coming to get you, Barbara. Spawn protection enabled. Okay, cool. Oh, I'm not in the game. Zone A is being compromised. Don't lose it. Cool. Cool. Shit, I'm gonna go one magazine. Cool. Is that a co-operative or something? Ah, yeah. What is here? I have something found. I have something found. And why is that? Yeah, come. The magic hammer. Oh, come on. 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 The magic hammer. Oh, come on. Ich hab' nen fucking Brett, how dat. Ich hab' nen fucking Brett, Jonah. Why hav'u nen benekt? Oh, 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 oh! Das ist schon mal extrem oberaffen geil, ja. Wie viel schreit? Nein, da hab ich noch. Keine Ahnung, ob ich überhaupt Moon habe, ey. Okay, ich gehe nach vorne in die Supermitte, ja. Oh, komm. Fuck. Ja, und nun ist Kappa. Okay, block. Ja komm ey! Geh doch. Ist das hier andere Spieler? Sind das unsere? Sind das Gegner? Da muss ja auch Angst. Ach so, das ist fast dauert. Geil. Ja, scheiße. Reloading? Ah, da unten sehe ich jetzt auf einmal, wie viel Mut ich hab. Okay, was ist das für ein komisches Spiel? Ich dachte jetzt hier, das ist so ein Horror Survival Game. Ja, da ist das jetzt hier... Wave-Verteidigung-Game. Was haben wir sonst noch so? Red? Ja, ich rufe du Affenarsch. Ja, ich rufe du Affenarsch. Ja, ich rufe mal richtig Premium die Treppe hoch gelaufen. Äh, die... Wave-Complete jetzt schon. Was ist das für ein Scheiß? Ja komm, ich muss erst mal eine fette Ansage oder was? Hallo, Test 1313! Oh Mann! Seeks at Map Grid 3184, Strike 313, Kontakt des Zones momentarily out! Im Hotel! Und ich hab trotzdem keine Moon! Okay. Whee! Oh! Fuck, ja! Okay, ja. Zombies kein Problem hier, ja? Mit der geilen Glocke, das ist auch richtig in your face. Ja. Oh, hi! Aber hat er mich nicht angegriffen, ist der Hammer? Shit, I'm out of Max! Shit, I'm out of Max! Shit, I'm out of Max! I'm out of magazines! Hey! Stopp! Splitter! Oh, da hinten, da hinten, da wird ganz schön gekniftet, hier, ja. Habe ich hier auch unendlich Munition? Ach so, scheiße, okay, alles klar. Unendlich Munition in den Zombie-Game, das ist echt vorteilhaft. Verliebe ich nicht. Habe ich nicht. Nein, dritte, ich versuche es in der Stadt. Die Fläche sind mir sehr verletzt, das ist und nein. Was ist, ich habe es noch nicht. Ich habe es in der Stadt, was ist es zu wissen. Ich habe es in der Stadt mitgebracht. Und ich habe es in der Stadt mitgebracht. Und ich habe es in der Stadt, mit welchen Ort, meine Strafikon zu bekommen. Wow, jetzt habe ich noch einen Lack. Scheiße! Yo, yo, yo! Oh, fuck. Shit, I'm out of Max! Shit, I'm out of Max! I'm out of magazines! Das hat mich an The Walking Dead, dieses Spiel von Telltale Games, wo die Leute auch, äh, scheinbar, würde ich oben haben. Okay, nehmen wir doch lieber die Klappe, die hat ein bisschen mehr Munition im Mack. Komm! Na! Shit, I'm out of Max! Shit, I'm out of Max! Wieder ist die Wave complete! Ja, ich glaube noch mehr als, mal, als wenn noch Taschenlampen, äh... So, okay, cool. Wow! Attention Survivors, we gain control of Zone A, you got Zyx on your doorstep, over. Bleh. Reloading mit der fucking Winchester in der Hurt. That's my last one! Ja, komm, ey, hebe doch, weil ich auch für mich auf ihr Arschgeigen... Das ist meiner, so auch. Oh, cool! Na ja, komm, über die Block. Einfach mal reinholzen hier ein bisschen, sooo. Oh! Hi! So, wann kann man Zombies auch so ohne Probleme... Einfach mal in den Bauch schießen. Ich bin hier total der Walking Dead verstrahlt, wie es aussieht. Ja, komm, ohne die Munition ist ja auch ein bisschen overkill, oder? Au... Au! Gib mir! Will er haben! Haben will! Komm, meine! Komm, dropping. Und mitnehmen. Geil, oh. Ja, was ist jetzt hier? Schon vorbei, oder was? Oh, geil! Zombies auch schießen, was will man mehr, ne? Ja, jetzt hier, komm. Oh, haben wir geil! Mit, mit Scope! Ist ja cool, und das kommt, das sieht man sogar nicht. Da sehe ich genau, wo ich hinziehe. Das ist ja nice. Los, komm, nächste Welle! Zombie-Action-Ting-a-ling-a-ling. Zombie-Action-Ting-a-ling-a-ling. Hui! Zombie-Action-Ting-a-ling-a-ling. Hui! Zombie-uah! Guns! Ja, deine Mutter ist auch eine Fully Gun, ja? Ach so, das ist ein Typ. Haha! Das ist doch mal ein Flashlight. Toll. Ein Flashlight-Zub-Boxen, oder? Ach, okay. Zombie, wir kommen nach Urz. Ja, komm. Was ist denn hier los, ey? Und jetzt haben wir es, das Spiel voll öde, ja? Oh, cool. Ach so, die Ball ist auch noch gar nicht komplett. Haha! Spore Protection Enabled! Das könnte ein gutes Spiel sein, wenn es ein bisschen schwerer wäre, ja, also mit, oder dich mohn, ist das blöd. Ja, und... Als richtiges MMO wäre es auch geiler. Ich habe ja eigentlich alles gesagt, glücklich ein Zombie-MMO so ein bisschen erhofft. Weiter mal ins Suchen, was ich dann für euch mal klären kann, oder? Ja, komm, Spore Protection ist jetzt hier... Ja, dann muss das mal das Klozer drüber machen, oder? Ja, das ist für den Hero, oder? Ja, ich mache die einfach eiskalt platt. Ja, ich bin kein Zombie, du Affen-Arsch. Wo sind denn hin? Ja, okay. Ja, ich brauche Waffen. Gib mir Waffen. Huch. Ja, hier sind noch bloß noch ein paar Leute. Begelebt, Survivors. Zone A ist kompromisiert. Regain Kontrolle. Over. Kompromisiert, ja. Ich bin noch egal. Ich brauche es mal eine Knifte. Ich will mir noch eine Pistole mit ordentlichem Mohnen. Ich weiß nicht, dass wir jetzt mal übelst, das Sondereinsatzkommando, Tybi. Kommt los. Oh. So. Bleirohr, scheiße. Ja, okay, hab ich halt ein Bleirohr, ne? So, Bleirohr! Schaufel, noch ein Hammer. Scheiße, ich hab den Hammer hier mal. Boah, komm. Wie sagst du eine Pistole? Ich bin auch eine Pistole, gib mir deine Pistole, Junge. Ich bin auch eine Pistole, ich bin... Ja, Mann, halt die Fresse. Habe ich den gerade eben so eine coole Knüfte gefunden, sag mal. Bin ja schon wieder hin. Hab ich schon wieder angefangen? Ich habe noch nichts mit Wave Complete. Oh ja, das ist ein Wave-Fast-Aid-Kid. Z-Cord at MAP-Grid 32511. Brake, be advised, Approaching-Zones, Kontakt-Eminent-Out. Ei! Ja, hier, komm, weg mit dem Ding her. Ja, weg mit dem Ding. Regain Kontrol of the Situation. Komm, okay. Oh, du hast dich... Du hast dich einfach wieder zum Lampen gemacht. Komm, du hast dich auf dem Ding her. Sniper-Rifle, ding-a-ling-a-ling, Sniper-Rifle. Dumpkill! Z-Cord, du hast Zeke's auf dem Fenster, über. Z-Cord. 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 Umgrund machen wir hier nix. Das ist ja langweilig, oder? Was sind das für'n Affe-Server? Das merke ich jetzt erst mal. Ok, gucken wir mal weiter. Ähm...... Ja, da realisem. Okay, das ist dann der letzte Server, den wir uns auch mal angucken, ja? Dann habt ihr euch hoffentlich genug über das Spiel mal anguckt, ja? Vielleicht guckt ihr einfach selber mal rein in das Spiel, wenn ihr alt genug seid. Wenn nicht, dürft ihr hier nicht zugucken. 88 FPS beim Laden, beim Laden. 121 FPS beim Laden, beim Laden. Und wieder hängt das Spiel, oh ja. Mann, mach Hände. Wir spielen mit Zombie, Schnitzer und Junggag. Come on. Tja, was soll man da sagen, ne? Nur dauert halt ne Weile, hier, SlowWD.BZ2 runterzuladen. Was soll ich machen? Das ist auch die Sache, die mich immer bei Counter-Strike-Stores immer so extrem genervt hat, dass da so viel Quark noch runtergeladen wurde. Ja, da brauche ich jetzt hier noch coole Tank-Dumoke-Mittagron. Wenn ich da nämlich Counter-Strike-Spiel, muss das die ganze Zeit machen. Und wenn einer gewonnen hat, dann muss dann das Pärchen kommen. Wie? Pschschsch. Und so ein Kran. Oh, schau mal Schüsse. Ja, okay. 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 Hier, geh mit der Auspuff mal. Das habe ich an der Rockinger. Wir spielen zusammen mit Russen und mit einem Polen. Das ist wie ein Albtraum hier. Oh, warte mal, die Musik geht mir gerade auf die Eier. So. Muss Rennen. Muss Waffe finden. Und dann noch Zombie. Nichts umgekriegt. Hatschot ran. Ich nix kann, Russisch. Ich kann nix vorlesen. Hey, Alter. Hey. Friendly. Oh. Oh, ja. Das ist, warum ist der Lila? Der Lila Truck, Junge. Der Lila Loner Truck. Hi, dude. Hi, ja. Ja. Bleib mir vorhin bei dir, Junge. Hey, was los? Ja, rennen vor. Go, go. Okay, ne Waffe. Absolutely empty. Nice, man. Scheiße, war die Typen da. Arzt. Zombies. Überall. Wir müssen den Typen hier helfen. Okay. Okay, ich bin mit dabei. Hinter die noch mal. Auf den Postman. Haha, ja Postman, komm. Jetzt haben die Postman. Ja, komm. Ja. Jo, jo, jo. Hier ist jemand! Ich geh mir doch mit dem Typen nicht in dem Haus. Hallo! Ist cool, dass man schon hier so ein bisschen ziehen kann. Ah ok, ist ein bisschen merkwürdig. Ja komm jetzt hier und verloben du Arsch! Hau auf! Ich nehme mir jetzt die Barretta! Alter! Reloading! Ich habe ein Magazin left! Manns! Alter! Jetzt fache ich du mit der Sch... Jetzt! Ich habe ein Magazin remaining! Ich habe zwei Magazinen left! Ich habe ein Magazin remaining! Okay, jetzt sind wir die coole Super Winchester, ja? Pass mal auf! Ich habe ein Magazin! Ich habe zwei Magazinen für mich! Tag! Mein Wünscher, es hat mir zwei Schuss drin! Oh ne! Ich bin auf dem Chlor geschlossen! Ich war gerade nur kacken! Dann war die Zungeapakalypse plötzlich da! Äh! Stopp! Was ist denn hier los? Ich bin auf dem Chlor! Oh fuck! Au fuck! Hau fang! Ich bin auf dem Chlor! Lad doch endlich nach! Ich bin auf dem Chlor! Jetzt überhören! Bum bum bumm! Bumm bumm bumm! Bumm bamm bamm! Ja komm, lass doch mal richtig nach, du Spacken, ey. Okay. Zombie alive. Äh, Zombie death. Das war der andere. Stürb. Ich sagte, stürb. Du, das erschreckt mich nicht so. Fuck, aber ich ist so richtig. Okay, upstairs. I got four loads left. Ach, du, die war schon alle. Oh, ein Faser. Aber hier oben ist schon alles clean. Und die schießen ja eine freundliche Worte. Also ich kack jetzt hier. Dann lass raus hier. Äh, ein Russland-Polikon. Die Räder fallen. Stirb, du Monster-Zolli. Ich habe fünf Läder left. Fünf Läder in die Räder. Okay. Einfach mal durch den Kollegen's Kopf durch, ja? Oh, geil. Oh, scheiße. Das Gefühl. Ah, doch. Wo ist der Kollege? Mann, komm mit. Ja. 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 3 das ist ein sehr langweiliges spieler die Künftchen und vorgängig aus die Sitzung ist an einer Stelle und zwar nicht weniger Ich habe einen Magazin. Ich habe einen Magazin. Nichts so objectiv. Ich bin nicht im Westen. Go, 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 go. Hände dir, Junge. Pass, Bruder. Ich habe einen Magazin. Brrrr. So, guck, was mit 10. Ja, okay, mal gucken, was ich mir noch so schönes machen kann. Da rennen wir einfach weiter. Oh, was ist das unser Objectiv? Ich habe einen Blasen schimmer. Ja, komm. Wollen wir noch für coole Kniften, Barretter. Out of service? Aber Strom scheint noch da zu sein. Oh, eine Popo. Die sind frei. Dieses Spiel jetzt im Moment ist für mich. Ja, kommt hier nochmal hier hoch. Jetzt mal wieder die M1A, M16A. Oh, fuck. Lepp mir auf den Arsch. Leute. Hier, Waffen. Es regnet Waffen für euch. Und Feuerwehrlöscher. Ich habe gesagt, es regnet Feuerwehrlöscher. Waffen für euch. Ah, mir ist scheißegal, ey. Das war jetzt auf, kein Bock mehr. Doch, Leute, das ist jetzt dann im nächsten stretch, war. Hau doch morgen. Ich bin jetzt einfach die Kniffe da ausgehebt, und dann wieder die M1, hab ich dann wieder Monizur neben mir. Ja. I can't run back left. ja ich hab dann wohl die geläfft jungen scheiß so macht's gut bis dahin und tschau